Sie wissen doch gar nicht, wie ich mich fühle heute. Vielleicht fühle ich mich als Frau, dazu komme ich gleich noch. Meine Damen und Herren, es ist mal wieder an der Zeit, ein bisschen die Ruhe in diese Debatte zu bringen. Herr Brandner, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung von Herrn Hoffmann? Nein, das hat mich auf YouTube nicht so gut. Dankeschön. Die YouTube-Zuschauer können das da nicht nachvollziehen.